Kapitel 9 Kunststücke Aufgabe 2a 1 So, das ist jetzt die zweitletzte Station unserer Führung, Kunst im öffentlichen Raum in Innsbruck. Und es ist eher selten, dass so eine Führung auch den Bahnhof einer Stadt zeigt. Aber der neue Innsbrucker Bahnhof ist dem Besuch wert. Ich denke, da werden Sie mir zustimmen. Nicht schlecht. Ja, sieht gut aus. Ich weiß nicht. Als man Anfang der 50er Jahre den Bahnhof nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufbaute, da war das ein einfaches, viel kleineres Gebäude als heute. Nicht die helle und lange Halle, in der wir jetzt stehen. Und von diesem alten Bahnhof gibt es nichts mehr außer diesen beiden großen Bildern. Gemalt hat sie Max Weiler in den Jahren 1954 und 1955. Dieses Bild hier heißt Innsbrucks Gegenwart. Die Gegenwart von 1955 also. Max Weiler hat die für ihn wichtigen Eindrücke in hellen Farben gemalt. Leute in der Freizeit, an einem See und in den Bergen. Eine friedliche Szene in der Natur. Diese Gegenwart war eben der Neubeginn nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges und der Nazi-Diktatur. Und er hat auch die zwei wichtigsten Elemente der Stadt dazugegeben, für die Innsbruck bekannt ist. Die Universität und einen Skifahrer. Also Bildung und Tourismus. Und wenn Sie zum Skifahrer blicken, da sehen Sie das große Füllhorn, das Glück über die Stadt bringen soll. Das war sein Wunsch, den er hier ausgedrückt hat. Wir gehen jetzt hinüber zum anderen Bild, Innsbrucks Vergangenheit. Und achten Sie auf die Farben, die sind eher dunkel. Das ist ja ein schöner Eingang. Und wo ist dein Büro? Gleich da hinten, den Gang entlang. Und dieses Bild hier? Was steht da? Bosna Quilt. Entworfen von Lucia Lienhard Giesinger. Was ist denn das? Das siehst du doch. Ein Bild aus Stoff, wenn du so willst. Und ich finde das total schön. Und vor allem die Geschichte hinter dem Bild gefällt mir. Wieso? Was ist daran besonders? Das ist das Ergebnis von einem Projekt. Da geht es nicht nur um Kunst. Bosna Quilt ist 1993 entstanden. Da war schon zwei Jahre lang Krieg in Bosnien. Viele Leute mussten fliehen. In einem Flüchtlingsheim in Vorarlberg waren die Tage lang und die Sorgen der Flüchtlinge groß. Und es hat nur wenig Beschäftigung für sie gegeben. Und dann hat die Malerin Lucia Lienhard Giesinger begonnen, mit bosnischen Frauen dort Quilz herzustellen. Sie hat die Muster entworfen und die Frauen haben das aus Stoff genäht und mit ihren Nähten noch Muster dazugegeben. Die Arbeit an den Quilz hat den Frauen geholfen, dass sie auch mal an etwas anderes denken konnten, dass sie kurz nicht an ihre Sorgen denken mussten. 1998 übersiedelte dann die Werkstatt für Bosna Quilz nach Bosnien, in die Stadt Goraschte, an der Drina. Mit ihrer künstlerischen Arbeit verdienen zwölf Frauen auch heute noch das Einkommen für ihre Familien. Und wie kommt der Quilz in euer Büro? Eine Kollegin hatte eine Ausstellung der Quilz gesehen und uns Bilder gezeigt und davon erzählt. Und wir alle haben das gut gefunden. So haben wir mit dem Chef geredet und gesagt, dass wir statt einem Weihnachtsgeschenk von der Firma lieber so einen Quilz für unser Büro möchten. Der Chef fand die Idee prima und hat gleich noch einen zweiten Quilz gekauft. Komm, ich zeig dir den auch noch. Oh nee, so viel Arbeit. Ich mag das nicht machen. Mach nicht so ein Theater. Oh je. Jetzt habe ich die ganze Datei gelöscht. So eine Tragödie. Du bist gleich dran. Die Leute applaudieren schon. Ah, ich bin so nervös. Hab so Lampenfieber. Da kannst du jetzt nicht rein. Der Chef spricht gerade mit ein paar Politikern der Stadt. Echt? Da würde ich gern mal hinter die Kulissen sehen. Hihi und heimlich zuhören. Aufgabe 6a und b 1 A Jeden Morgen B Jeden Abend 2 A Vor allem B Vor Beginn Drei Drei Gibt immer B Gibt viel 4 A Sie spielen B Sie arbeiten B 5 A Und alt B Und jung B Und jung 6c 1 Es ist nicht einfach, alles allein zu organisieren. Wir arbeiten deshalb in einem Team. 2 Es macht uns Spaß, ein eigenes Theaterstück zu schreiben und auf die Bühne zu bringen. Aufgabe 8b und c Aufgabe 8b und c Schau mal, die sehen ja aus wie wir. Wie meinst du das? Sollen das Personen sein? Ich kann nichts erkennen. Doch, schau mal. Links ist die Frau und rechts der Mann. Ach, stimmt. Und es heißt ja auch er und sie. Das passt ja. Das Bild gefällt mir total gut. Einerseits ist es abstrakt, andererseits kann man doch alles erkennen. Naja, ich finde das nicht so überzeugend. Das ist irgendwie nicht mein Geschmack. Aha. Was meinst du mit deinem Aha? Gefällt dir das Bild nicht? Ich weiß nicht. Auf den ersten Blick wirkt es ziemlich durcheinander. Aber eigentlich gefällt es mir ganz gut. Ich finde es gut. Das ist ein besonders gutes Beispiel, das etwas abstrakt ist, aber man doch genau etwas erkennen kann. Es ist doch ziemlich interessant, dass der Mann kein richtiges Gesicht hat. Was das wohl bedeuten soll? Vielleicht ist das sein Hinterkopf. Und die Frau schaut ihn an? Ja, könnte sein. Oder er ist blind vor Liebe? Puh, ja, vielleicht. Komm, lass uns weitergehen. Gern. In der Ausstellung sind richtig tolle Bilder zu sehen. Und wir haben nur noch eine halbe Stunde Zeit. Und was hältst du von dem Bild da drüben? Sie und er. Von Heimrad Prem. Na, das ist doch ziemlich einfach gemalt. Ja, schon. Aber das ist doch nicht schlimm. Hm, stimmt. Aber es spricht mich nicht so an. Ich finde es eigentlich ganz witzig. Der Künstler hat wirklich passende Farben gewählt. Die Frau mit rosa und rot, der Mann eher cool, schwarz und weiß. Gefällt mir. Geht schon. Komm, schau mal da drüben. Das gefällt mir besser. Hallo und guten Abend zum Sonntagstalk. Wir freuen uns, dass der Regisseur Arne Birkenstock heute unser Gast ist. Hallo. Darf ich Sie zuerst mal fragen, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Regisseur zu werden? Das war ein Zufall. Ich wollte eigentlich Journalist für eine Zeitung werden. Deshalb habe ich auch mit dem Schreiben begonnen. Daneben habe ich immer viel Musik gemacht. Ich spiele Akkordeon. Und irgendwann, nach einem Konzert, hat mich der Kulturredakteur eines großen Fernsehsenders angesprochen. Das war also der Anfang in der Filmbranche? Genau. Bei ihm habe ich meine ersten Schritte gemacht. Mit zwei Minuten Filmchen. So fing das an. Und dabei habe ich dann gemerkt, dass Film nicht nur mit Bildern und mit Sprache, sondern auch ganz viel mit Rhythmus und mit Groove zu tun hat. Das hat mir gut gefallen. Im Dokumentarfilm kommt dann noch etwas Wichtiges hinzu, nämlich der enge und intensive Kontakt mit ganz besonderen Menschen. Was für eine Ausbildung haben Sie denn? Ich war an keiner Filmakademie oder Filmschule. Ich habe Regionalwissenschaften Lateinamerika an der Uni in Köln studiert. Das ist eine ganz interessante Mischung aus Politik, Geschichte, Volkswirtschaft und spanischer Sprache und Literatur. Außerdem habe ich während des Studiums viel Musik gemacht und auch schon bei Zeitungs- und Fernsehredaktionen gejobbt. Was ist das Schöne an Ihrem Beruf? Also, was gefällt Ihnen besonders gut? Das sind verschiedene Dinge. Ich finde es besonders faszinierend, dass ich immer wieder in fremde Lebenswelten von Menschen eintauchen kann, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Das ist und bleibt das Spannendste. Außerdem beschäftigt man sich als Dokumentarfilmer sehr intensiv und lange mit einem Thema. Das schätze ich sehr. Dann habe ich großartige Kollegen von Kameraton und Schnitt, mit denen die Zusammenarbeit viel Spaß macht. Naja, und zuletzt ist es natürlich auch immer wieder befriedigend und ganz schön für das Ego, wenn man auf Premieren und Festivals geht und vielleicht sogar Preise bekommt. Das klingt alles spannend und interessant, aber sicher gibt es auch Schattenseiten. Was ist denn das Schwierige an Ihrer Arbeit? Am schwierigsten ist die ewige Sorge um das Liebegeld und das ständige Risiko. Als Familienvater bereitet einem das viel zu viele schlaflose Nächte. Aber auch das Filmemachen selbst kann schwierig und schmerzhaft sein. Es ist eben nicht einfach, einen guten Film zu machen. Und der Weg dahin ist niemals direkt. Die Umwege gehören dazu und machen am Ende den Film wahrscheinlich besser. Aber einfach sind sie nicht. Sie behandeln ja in Ihren Filmen sehr unterschiedliche Themen. Wie finden Sie denn die Themen zu Ihren Filmen? Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal hat man ein Thema und sucht sich die Geschichte dazu. Manchmal bekommt man die Geschichte und baut den Film darum. Themen gibt es viele. Am wichtigsten ist jedoch, man muss ein Thema sehr lieben bzw. sehr fasziniert davon sein. Und man muss dazu bereit sein, ein, zwei, drei, vier oder fünf Jahre dafür zu kämpfen, ohne müde oder unmotiviert zu werden. Dann komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Wie lange dauert es normalerweise vom ersten Drehtag bis zur ersten Filmvorführung? Wenn es schnell geht, ein Jahr. Normal sind vermutlich etwa zwei Jahre. Wenn es lange dauert, ewig. Dokumentarfilme kann man nur schwer planen. Beim Tango-Film fehlte uns das Geld. Beim Elefantenfilm kam uns ein Bürgerkrieg dazwischen. Sound of Heimat war dramaturgisch schwierig. Beim Film über den Kunstfälscher gab es allerlei juristische Probleme zu klären. Sie sehen, so pauschal kann man das nicht beantworten. Na, und von der Idee bis zur Premiere sind die Zeitläufe noch viel länger. Da können leicht vier, fünf, sechs oder mehr Jahre vergehen. In Ihrem Film Sound of Heimat geht es um die deutsche Volksmusik heute. Wie kommt es eigentlich zu diesem deutsch-englischen Titel? Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist unser Protagonist Neuseeländer. Seine Muttersprache ist Englisch. Zweitens gibt es keine englische Übersetzung für das Wort Heimat. Und drittens gab es schon mal einen sehr schönen schweizerischen Dokumentarfilm mit dem Titel Heimatklänge. Den Titel konnten wir also schlecht nehmen. Außerdem sollte der Titel klar machen, es geht zwar um Volksmusik im weiteren Sinne, nicht aber unbedingt um alte oder konservative Musik. Das bringt der Titel Sound of Heimat besser zum Ausdruck als ein Titel wie Klang der Heimat. Auf Deutsch klingt das doch ein wenig spießig. Man assoziiert das mit ganz bestimmten, sehr konservativen Fernsehsendungen. Zum Schluss noch eine schwierige Frage. Welchen Ihrer Filme mögen Sie selbst am liebsten? Also, wie Sie sich denken können, liegt mir jeder meiner Filme am Herzen. Jeder dieser Filme hatte seine ganz eigenen Schwierigkeiten und Freuden. Jeder dieser Filme hat mir ein Stück Welt auf eine ganz besondere Weise geöffnet. Jeder dieser Filme bedeutet für mich eine einmalige und wichtige Lebenserfahrung. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein, im finsteren Kerker, das alles sind rein, vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzweig. Die Gedanken sind frei. Kapitel 10 Miteinander Aufgabe 2a und B Person 1 Tja, also ich bin in der DDR groß geworden und ich kann ganz klar sagen, dass das Wichtigste in einer Gesellschaft Demokratie und Freiheit sind. Menschen müssen sagen können, was sie denken und so leben können, wie sie möchten. Das Volk, also die Menschen, müssen mitbestimmen können. Und das machen sie durch Wahlen. Außerdem will ich das Recht haben, so zu leben, wie ich will und zu reisen, wohin ich will. Person 2 Hm, das ist eine schwierige Frage. Vieles ist wichtig. Aber ich glaube, ich finde Sicherheit am wichtigsten. Ich möchte mich frei bewegen können und will keine Angst haben, nachts nach Hause zu gehen. Ich könnte nicht in einer Stadt leben, wo es sehr viel Kriminalität gibt. Sicherheit kann aber auch bedeuten, dass man einen einigermaßen sicheren Arbeitsplatz hat. Das finde ich auch wichtig. Person 3 Naja, ich denke, Hilfsbereitschaft ist sehr wichtig. Viele Leute kümmern sich nur um sich selbst und merken gar nicht, dass andere vielleicht Hilfe brauchen. Oder sie wollen nicht helfen. Aber das ist doch nicht in Ordnung. Wenn ich einen Unfall habe oder in einer gefährlichen Situation bin, dann hoffe ich, dass mir jemand hilft. Wenn es in der Schule Ärger gibt zwischen Schülern, versuche ich immer zu helfen. Gut gesagt. Partikel bei Fragen Mini München war toll, stimmt's? Ja, besonders der Streik. Das war super, gell? Wir gehen morgen wieder hin, ne? Ja, und wir machen in zwei Jahren wieder mit, oder? Aufgabe 9a 1 Finden Sie den Text über Mini München interessant oder uninteressant? 2 Möchten Sie mehr über das Projekt erfahren oder haben Sie genug Informationen bekommen? 3 Hätten Sie als Kind gerne bei Mini München mitgemacht oder lieber nicht? Aufgabe 9b 1 Willst du den Text morgen oder nächste Woche schreiben? 2 Hast du dich schon für ein Projekt entschieden oder überlegst du noch? 3 Sollen wir heute zusammen lernen oder machen wir das lieber am Wochenende? Aufgabe 11a und b Guten Morgen. Ich mache heute eine Präsentation zum Thema EU. Worum geht es da eigentlich? Wir haben alle schon von Europa und der EU gehört. Aber warum wurde die EU eigentlich gegründet? Und was ist seitdem passiert? Lauter bitte! Oh, Entschuldigung. Geht es so besser? Mhm. Ich möchte in meiner Präsentation einen kurzen Überblick darüber geben, warum es die EU überhaupt gibt und was seit der Gründung der EU passiert ist. Zu meiner ersten Frage. Warum gibt es eigentlich die EU? Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten viele Länder in Europa ein großes Ziel. Nie wieder Krieg. Sie beschlossen, besser zusammenzuarbeiten. Sie wollten gemeinsam bessere Möglichkeiten für einen gegenseitigen Austausch und Handel schaffen. Sie waren sich einig, dass Länder, die wirtschaftlich gut zusammenarbeiten, keinen Grund haben, einen Krieg zu führen. 1952 war es dann soweit. Zunächst sechs Staaten gründeten die Europäische Gemeinschaft. Nach und nach traten dieser Gemeinschaft immer mehr Länder bei. 1992 waren es bereits zwölf Länder. Diese Länder gründeten dann mit dem Vertrag von Maastricht die Europäische Union, die EU. Zur Europäischen Union gehören heute 28 Länder. Um in Frieden zusammenzuleben, muss jeder den anderen so akzeptieren, wie er ist. Jedes Land lebt nach seinen eigenen Traditionen, seiner Sprache und seiner Kultur. Deshalb heißt das Motto der EU in Vielfalt geeint. Das finde ich toll. Allerdings habe ich schon das Gefühl, dass sich die EU-Länder ähnlicher geworden sind. Zum Beispiel bei der Mode oder beim Musikgeschmack. Aber wahrscheinlich hat das mehr mit MTV und dem Internet zu tun, als mit der EU. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Was ist seit der Gründung der EU passiert? Ganz einfach. Seit es die EU gibt, ist sehr viel passiert. Viele EU-Länder benutzen jetzt dasselbe Geld, den Euro. Das ist für mich eine der tollsten Veränderungen. Wenn ich zum Beispiel nach Italien oder Spanien reise, muss ich nicht, wie meine Eltern früher, Geld wechseln und kompliziert rumrechnen, bis ich weiß, wie viel etwas kostet. Außerdem wurde man früher an jeder Grenze kontrolliert und musste seinen Ausweis zeigen. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Das gab dann im Sommer immer lange Staus an den Grenzen. Heute können die EU-Bürger innerhalb der EU ohne Grenzkontrollen reisen. Sie können sogar ganz problemlos in anderen EU-Ländern studieren und arbeiten. Abschließend möchte ich noch einmal zusammenfassen, dass ein wichtiges Ziel der EU ist, Kriege zu vermeiden. Und dass sich seit dem Bestehen der EU vieles verbessert hat. Ich persönlich bin froh, dass es die EU gibt und Deutschland ein Mitgliedsstaat ist. Auch wenn es manchmal Kritik an der Politik der EU gibt. Ich finde es toll, dass man jetzt in Europa so einfach reisen kann und viele Länder den Euro haben. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen zum Thema Europäische Union? Gibt es noch Fragen zum Thema Europäische Union?